Musik Wenn man auch den Hengst zugeht, ist man sofort begeistert von seinem herrlichen Typ, seinem wunderschönen großen Auge und einfach seiner gesamten Erscheinung. Ich saß tatsächlich erst einige wenige Male in seinem Sattel und dabei zeigte er sich höchstrittig und, was vor allem besonders hervorzuheben ist, sein wahnsinnig gutes Interieur. Er ist immer leistungsbereit und lässt sich hervorragend arbeiten. Er ist immer leistungsbereit und lässt sich hervorragend sein. Er ist immer leistungsbereit und lässt sich hervorragend sein. Er ist immer leistungsbereit und lässt sich hervorragend sein.